Die Mühle geht ab. Das war egal. Ja, aber wenn ihr nicht mehr kommt, wird es auf der Spur. Ja, ja. Ich habe keinen E-Kantrieb. Und? Ja, ja. Ich habe keinen E-Kantrieb. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Bei der schon seit dem Automat-Vorgänger da zu gefährlich hier zwischen den ganzen Autos. Aber ja, braucht man nur mehr ein E-Chassé. Ich wegne, kennt hier. Guck mal, ob das hier so unergeben wird. Blöd, blöd. Man würde nicht richtig rechts fahren, sondern so. Man kann ja nur mit dem Auto und da kann ich was fahren. Die sind hier im Auto und man den Auffassungsmotor hat es schnell mal übersehen im Rückspiegel. Zack, guck. Noch mal Schnee, schau. Da wird ja jetzt schon den Pärchen angerastet. Ich glaube, es ist ja nicht in den Einsrück, dass ich wirklich mal von der Schnee abkomme. Ich würde zwar die Reifen ein bisschen, aber nicht richtig, wo es jetzt richtig abgeht. Da ist es bei der Fahrt schon. Ganz schwer. Was ist das jetzt? Ja, weiß ich. Da steht ein Problem. Da geht er dann zur nächsten Runde, oder was? Ja. Ich schätze, acht Runden. Ja, dann fährst du in der acht Runde, aber nicht hinterlande. Kannst. Du musst halt anhalten und dann aber die Krachte durch die Schranke durch. Jetzt greifen wir mal. So. Ja, rote Korb jetzt, oder? 14 Minuten. 15 Sekunden. Das ist nur. Bis dann noch.